Hier ist jetzt der Poolbereich, exklusiv für die Beachfront-Villen. Das heißt, hier haben nur Gäste, die eine Beachfront-Villa gebucht haben, Zugang dazu. Alle anderen müssen dann zum Hauptpool, aber der ist jetzt extra für die Beach-Villen. Hier ist nochmal die Anlage. Die Anlage ist unheimlich weitläufig hier im Sheraton-Sommer-Bay. Ist eine sehr, sehr schöne Anlage, ist eine Fünf-Sterne-Anlage. Hier vorne ist dann der Strandabschnitt, den zeige ich euch dann gleich. Und dann zeige ich euch auch noch das Restaurant und andere Sehenswürdigkeiten hier im Hotel, was man hier alles so machen kann.